Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Overfail... äh, Overload? Ich und Fail, niemals. Wir brauchten hier, hieß es, wir bräuchten die blauen Scherben. Oder stehen kann ich da unten irgendwie hin zu dem Frosch? Wie komme ich an den Frosch dran? Wie komme ich da runter? Ich muss doch irgendwie hier runter können. Kann man hier irgendwie runter? Wo lang muss ich die Spiegel... die Wurzel verbirgt das vollkommen? Und da sehe ich auch keinen Weg nach unten. Sind die Scherben in der Lage, wenn ich euch da hinschicke? Wie der Weg? Wie so, wo ein Weg irgendwo lang? Wo man runtergehen kann? Ah ja, tatsächlich, ihr könnt hier runtergehen. Dann dreht da mal am Rad und wir gucken, was sich dabei öffnet. Irgendwas Monumentales? Hey, kommt der wieder zurück? Ich muss aber noch an den Froschen vorbei. Weil dahinter ist guter Lut. Ah, guter Lut. Dafür brauche ich aber erst mal wieder mehr braune. Hallo? Okay, dann nicht! Bleib zurück! und auch nach dem ton mal gucken ob es hier in der höhle was schönes gibt ich gehe direkt und die baube ist das schlaf in den elf hier stehen seine albträume geil braune 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 schneller los spannend aus hier unten lauert hier irgendwo das böse mal hier niemand sich den schädel mitnehmen der ist doch schön warum geht der schriftzug nicht mehr weg nein kann ich wenn ich aus dem dungeon raus und wieder reingehe den schriftzug entpacken bitte sagt mir dass das geht ich will nicht statt neu laden müssen ich würde gerne meine blauen mitnehmen wenn ich jetzt den zum ton gehe und das noch mal neu lade dann es ist ein ladebildschirmes muss weggehen sag ich doch das geht auch nicht das kann ich noch mal drehen das muss ich nicht verstehen was ist das wieder zu was ist los ja das befürchte ich auch wir stehen direkt unter dem baum des schlafenden elf hier entstehen seine albträume nein wirklich hier war ich ja noch nie so etwas aber auch da wäre ich nie drauf gekommen oh gegner von denen ich keine ahnung hatte dass ich hier auftauchen würde haha mir ein was... Mann, Mann, Mann das Spiel steckt immer wieder für Überraschung vam drauf da 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 schärfen würde sich aber leuchten so komisch warading Warum leuchtet er? Warum leuchten wir? Wie meine blauen Schergen die magisch verstärken? Kann das sein? Ich dachte, ihr könnt mit Magie gar nicht auf Gegenstände einschlagen. Ja, dann machen wir da noch was. Töte, töte! Das ist ein fetter. Danke. Ihr bleibt hier. Papa guckt sich um. Erstmal hier lang. Nimm! Das ist die Stücke, Kimber. Wir könnten... Wir... Oh. Gut. Ich wollte gerade sagen, wir könnten die überraschen mit einem green Schergen. Ich hätte gerne einen. Ja, Meister. Ja, Meister. Nehmen wir mal mit. Lalalalalala. Lalalalalala. Komm wieder her. Komm wieder her. Nicht so geklappt. Aber wiederbelebt. Aber jetzt haben wir dafür... Hallo? Hallo? Genere ersetzt. Ich auch nicht... Hallo? Genere ersetzt. Ja! Komm her! 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 Kommt wieder zurück! Ist der jetzt auch platt? Okay. Komm her! Komm her! Alles richtig passiert. Was ist jetzt mit dem? Was willst du denn da noch? Man ist da drüben in Schergen. Hört auf, diese Fiatta zu machen. Unverschämtheit. Hami, da war doch brüte Schergenenergie! Wieso holst du dir die nicht? Keine Lust! Hattacke! Da ist ein riesen Schädelkopf, der auf dem Boden liegt. Den will sich niemand mitnehmen. Riesen großer schöner Schädelkopf. Riesen großer schöner Schädelkopf zum Anziehen. Hier setzt solche Kunstbahnen aus. Immer wieder alle her! Ich bin Anti-Ritualist! Ja? Immer wieder mit der Religion! Ich könnte uns ein eigener ausdenken, das wäre viel infizient. Oh! 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 NaSc 앞! Alles gut! Zucht noch! Ist gut. Wo antriegt ihr das hin? Wer trägt hier was? Wohlang? Hä? Bitte wieder ganz zum Anfang. Was ist das? Sieht aus wie eine Mama-Säule. Ist das eine Mama-Säule? Habt ihr für Papa eine Mama-Säule mitgenommen? Ist sie so? Ja? Sagt es mir? Ihr macht mir Angst. Ach komm, ein bisschen Humor muss doch auch sein. Ich bin immer geneigt und ein bisschen in Panik, weil man weiß ja nie, wo hier noch irgendwo was rausspringt. Aber ich glaube, hier kommt erst mal nichts mehr. Da kann man sich noch irgendwie da drüber holen. Geld, Mana. Mana ist sehr gut. Nachdem ich das jetzt komplett rausgeschleudert habe. Ah, hier ist nichts. Doch. Mana? Okay. Aber wo Mana? War das jetzt eine Mama-Säule oder nicht? Au, da ist eine Höhle. Da bin ich rein. Wo bleibt ihr denn? Hallo? Schergen? Bayono, weiterlaufen. Oh Mann, da ist irgendwas im Weg. Jetzt müssen wir oder so. Bis jetzt? Ist euch das genehm? Ja. Ja, da war... Ihr wart auch nicht in der Lage da... Einmal mit guten Mitarbeitern. Einmal, einmal durch das Erleben. Ein einziges Mal. Ah, bewegt euch. Kommt schon. Wenn ich da durchpasse mit meinen breiten Hüften, dann passt ihr auch da durch. Ist sich da wieder an den C eingeklemmt? Neuer, Mana hat zugegeben. Das ist aber schön. Kann ich jetzt auch gleich Neues dazu kriegen? Also, so voller Balken her. Toll, okay. So voller Balken, hätte ich recht. So einen vollen Balken jetzt schon. Kann man das hier auch kaputt machen. Es ist aber... Das ist schön. Da ist mein Mama. Ich bin da. Oh Mann, meine. Ihr braucht auch wieder E-Mas, wenn ihr das kaputt gemacht habt. Hey. Na gut. Ich will Progress sehen. Lasst uns hier weitergehen. Da in der Ecke waren wir. Da sind wir hier hin. Dann haben wir den Typen da erledigt und geplättet. Das bedeutet, ab da vorne ist wieder Schicksal. Was fehlt denn da noch an Scher? Da fällig ist wieder her. Ja, Pass-Finding-Schwierigkeiten. Ja, ein Scher hat aber gar nichts zu tun. Oh, hier ist es aber wübsch. Ach, hier waren wir. Wo ist denn der eine Scher zum Donnergrummel? Ja, du dann ganz ehrlich, ne? Hallo? Hallo, wo ist wer hin? Das weiß ich nicht. Wo habe ich denn Schergen verloren? Also, nicht direkt verloren, sondern der hat sich verlaufen. Scherge. 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 Benjamin. Du lieber Elefant. Das ist lustig und überall bekannt. Ich habe ihn wohl einfach irgendwo... Ja, ziehe ich dann wohl. Der wollte wohl mich. Gut. Kümmert mich auch nicht. Bin ich hier nochmal für mich umsonst den Weg zurückgelaufen? Hier auch nicht. Auch nicht. Manchmal würde ich mir wünschen, das ist wie bei Pikmin. Dass man auf dem Weg einfach sieht, wo die dann hängen geblieben sind. Das ist ja auch hier wie bei Pikmin. Wenn man nicht alle seine Schergen mitnimmt und sich irgendwo hin teleportiert, stimmt. Der Scherge. Dann gehen wir mal hier lang. Das sieht doch noch ein super schöner Weg aus, den wir gehen da auch mal raus. Oh ja, das sieht nicht einladend aus. Dann gehen wir doch erstmal hier. Ach, der, der sieht doch nett aus. Ui. Ach, der macht den One-Hit. Was gibt's denn hier oben? Oh. Da war nur Gold mit, ja? Da war nur Gold. Kein Frosch. Mana. Gold. Blut. Mana. Gold. Giste. Die mir im Weg steht. Naja, gib mir alles mit. Gib mir alles mit. Ansonsten könnt ihr auch gerne wieder zurückkommen. Dann nehmen wir wieder eine. Na gut. Das ist eine Scherge definitiv. Und einer backt irgendwo. Das war ja richtig klasse bei uns. Gucken wir noch was denn. Ach, guck mal, da gibt's einen Schergenpunkt. Ich weiß nicht, wie wir jetzt verloren haben. Ja, ein grüner war das. Ich dachte, nicht so richtig. Grüner. Das ist zu verschmerzen. Okay, da führt uns eine der Ranken hin. Also scheint da vielleicht wieder ein bisschen... Mann, da so ein Pickel immer im Weg ist. Da ein bisschen mehr Shit-Score-Groß rein. Hallo. Ah, das sieht ja hier gar nicht gefährlich aus. Irgendwo weiß ich, ist das ja gar nicht gefährlich. Hier ist ja gar nichts. Das passt nicht. Und hier unten. Und hier unten. Das ist ja gar nichts. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so voll... Mega, der Stress-Gegner oder sowas. Nee. So ein fett Krötenweg, Mann. So ein paar möchte gern Faulkroppen, ja. Da ist noch so ein fett. Mach doch trotzdem mal bitte das da. Das ist ja leider viel frei, ganz in der Nähe. Außer der kann es doch nicht vorstehen. Oh, die sind noch erlangen. Mach die mal weg da. Oder ich mach die weg da. Wo kam die denn her? Oh, da ist jetzt was Böses erschienen. Pock. Das war jetzt nicht so kompliziert. Ähm, ähm, ich mag diesen Feuerzauber immer mehr und mehr, muss ich ja sagen. Okay, jetzt ist das ein Frosch. Ich stelle euch mal hier hin. Hallo, na, wie geht's so? Nein, ich bin nicht da zu meinen Schergen. Okay, das, äh... Gut, dann wird sich das von alleine erledigt. Hey, sieh da. Nein. Da ist jetzt hier nicht auch noch so ein Dicker. Da ist auch noch so ein Dicker. Aua! Hier sollte ich jetzt... Hier ist jetzt gar nichts. Haben wir jetzt... Wie viele? Ein Wurzelknoten fehlt noch. Okay. Dann müsste der letzte Wurzelknoten uns einen Weg freigegeben haben, den wir so noch nicht kannten. Was dazu führen würde, dass wir danach Oberon plätten können. Das geht ja schneller, als man gucken kann. Die ist auch nicht klar. Ich gucke mal nochmal, ob da nochmal ein Scherz ist. Oh, Mann. Dann muss ich nämlich vielleicht vor Oberon gar nicht zurück in den Turm. Wobei, ich glaube, das möchte ich doch machen, so. Aus speichertechnischen Gründen sicher. Ist sicher, man weiß ja nie, was uns da erwartet. Wenn wir total verkacken könnten, wir notfalls den Spielstand neu laden. Bin ich ja nicht so der Fan von. Ich habe das lieber, wenn das so richtig live ist, so direktes Versagen, so mit Zuschauern, die genau sehen, dass man falsch macht. So, mal gucken, ob es jetzt klappt, wenn ich alle Schergen rufe und der 30. mir angezeigt wird, was ich mitnehmen kann. Dann müsste er eigentlich wieder hier sein. Entpackt. Ja! Es hat funktioniert. Ich bin entzückt. Wir haben leider keine Rohre zu tun. Ich bin nicht entzückt. Wir sehen uns. Das nächste Mal wieder. Bei den Play Overlord. Wenn wir den bösen Oberon töten. Ja! Ich bedanke mich für Kommentare und so. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Herr, ihr redet auf einmal so seltsam. Nein! Das findet ihr euch nur ein. Nein! Nee, nicht von 춥! Oh, ich bin mein alt fہ stages! Das gemacht wird! named Jetzt ist das, wofür który WORL.